Put your picket, bring her to the moon Guys, what you're trying to do Oh Gott ey, okay, jetzt tut mir ein bisschen leid Leute, zwei Leichen waren da und let's try, warum bist du, warum bist du so komisch gelaufen? Ähm, ich wollte schauen, wer da, ob oben jemand bei, ähm, Weapons rauswantet, weil die Leiche lag da, direkt in Navigation Scheiße, warte, 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 wer war oben mit mir, Cafeteria, wer war da mit mir, wer war da mit mir? Hä, Junge, als ob da jetzt keiner ist David, wer war bei uns? Hä, da lag doch nur eine, hä, waren das nicht zwei? Da lagen doch zwei Nein, 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 da war eine, war nur in Eventhugs, Mark war nicht da Hä, beide, mir sagt jemand, da waren beide Ich hab direkt gesagt, ich hab reportiert, ich hab direkt gesagt, zwei Leute und ich hab ja nicht direkt da geguckt Ja, aber ich find's weird, let's try, warum kommst du denn von unten, du bist richtig komisch gelaufen Ich wollte schauen, wer in Weapons ist, die müssen gewendet sein, ich bin von unten gekommen, von Communications, hab da Download gemacht Ach Scheiße Dieses, diese Sechsecke anklicken Ah, wer war da mit uns? Wo kann man denn wie wenden da? Du kannst aus Navigation unten lang wenden, unten ist niemand lang gewendet, weil ich bin unten gewesen und du kannst hoch wenden Wer, ja, ich frag schon die ganze Zeit, wer war dein Cafeteria? Wir waren zu dritt oben Cafeteria Ich hab jemanden in Weapons gesehen, ich hab Tim in Weapons gesehen Ja, ja, weil ich mir theoretisch hieß gemacht hab Hä, Sturmhund, Sturmhund, was hast du gemacht? Ja, ich bin mit Banani gelaufen, dann haben wir, äh, boah, was war das für eine Taste oben im Cafeteria, was war das für eine Taste oben? Oben rechts oder wo? Ich meine ja Let's try hat grad Upload gemacht, ne? Ist das die zweite Runde? Äh, ne, das ist die erste Äh, ich will einfach mal kurz was fragen, äh, in der letzten zwei, was hast du in der ersten Runde für Aufgaben gemacht? Da hast du's gar nicht gesagt Ah, Downloads in Communications und bei Shields diese, ähm, Sex-Equery-Anstieg, oder? Und was genau? Was genau für Aufgaben? Den Download in Communications Ah, okay Das Ding ist, Luca und Sturmhund sind ja zusammen rumgelaufen, die waren auch in Weapons, äh, weil die gesehen haben, dass, äh, T-Rex dort die Aufgaben gemacht haben, die decken sich ein bisschen und es war ja ein W- Äh, hier, wo wart ihr beide denn, Luca und Sturmhund? Was habt ihr, was hast du gemacht am Anfang, Sturmhund? Ich hab am Anfang, hab ich rechts bei, ich glaub, in Weapons war das eine Task gemacht, ich glaube, oben da in der Ecke, dann bin ich nach links gelaufen Was war das für eine Task oben? Ich weiß es nicht mehr Wieso kannst du die ganze Zeit keine Task nennen? Oben in der Ecke, die kannst du eigentlich gar nicht, die kannst du gar nicht gemacht haben, weil du davor bei Electrical den Schalter hochheben musst, da kannst du nicht direkt die Task oben rechts machen Ich bin direkt zu O2 gelaufen und bin dann wieder zurück Zurück? Du warst O2? Ich hab dich nicht gesehen Und dann zurück, was hast du in O2 gemacht? Ich hab auch 2 Better gemacht und dann bin ich wieder hoch und dann hab ich ja da Tim bei Weapons gesehen Warte, Luca, hast du mich gesehen? Ja, Sturmhund, nein, hab ich nicht Ja, Luca und Sturmhund sind beide, die sind beide Hast du, hast du Luca gesehen? Nein Und Luca hat mich auch nicht gesehen und ich war nur da, er muss mir entgegengekommen sein Du bist schon ziemlich spät gekommen Ja, also, ja, wusste halt auch nicht, welche Task, das wäre halt ein bisschen blöd, wenn das jetzt nicht ist Luca im Auge behalten Meinten die nicht auch, die waren die ganze Zeit beieinander? Meinten die das nicht? Ich glaub schon Ich glaub schon Kann er dann nicht, ne? Luca hatte ja gerade keine andere Wahl Macht das hier so jemand? Wo? Äh, Leiche lag im Reaktor Luca kam aus der Richtung, als, äh, Lights anging Wen hab ich denn da gesehen? Der hatte da bei mir die Dingsaufgabe gemacht mit dem Zähling Ich war mit Luca im Reaktor, aber da war, sag ich mal, die Leiche noch nicht da Und dann ging er Luca, wo warst du denn zum Schluss? Ja, jetzt bin ich gerade, äh, Admin Wie bist du denn da hingelaufen so schnell? Ja, wieso so schnell? Wie bist du denn da hingelaufen? Ich war ja erst grad O2 Ja Und dann bin ich da Wie bist du denn da hingelaufen? Ja, ich bin runter gegangen, Shields Dann bin ich Storage und dann zu Admin Guck mal, aber ich find, du meintest doch an der ersten Runde, dass du die ganze Zeit mit Sturmhund rumgelaufen bist Die ganze Zeit Nein, nein, ich hab gesagt, dass ich da mit ihm zusammen zur O2 gelaufen Finde ich ein bisschen weird Luca, du hast grad gemeint, du wärst in O2 gewesen, war das, äh, zu dem Zeitpunkt, wo das Ding an war? Ja, ich bin da reingelaufen, dann kann ich das grad noch anklicken und dann war der Alarm direkt zu Ende Äh, kann nicht sein, weil, äh, David und ich haben das Ding in O2 zusammen beendet Digga, du bist aber scheiße Ich, ich hab die da rauslaufen sehen, genau, dann ist das Ding auch ausge gewesen Sarah, David und ich kam zusammen Und du standest da noch kurz AFK Ja, weil ich grad noch diese Zahl da eintippen musste Ja, das Ding war ja schon längs aus Ja, aber trotzdem muss man da die Zahlen auffällig eingeben, wenn man das gerade angeklickt hat Wenn der Alarm gerade noch da war Und das kann dir jeder im Chat bestätigen, Reto Ja, warum kannst du denn aus der Richtung von der Leiche Du bist, du weißt du, das wär so, das kann ich mir richtig gut vorstellen Erstmal, du bist wieder richtig getriggert Ähm, aber es fällt, äh, es fällt, äh, Kill Und genau dann geht Leih zufällig an Und Luca bleibt noch im Cafeteria kurz stehen Obwohl, äh, ne, lässt sich nochmal so ein bisschen Zeit Kommt dann erst da hin Also ich, ich weiß nicht, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher Erst recht, weil Sturmhund und Luca sich am Anfang so verteidigt haben Und Sturmhund muss es ja auf jeden Fall gewesen sein Wer ist jetzt? Ja, ich hab für Luca Ja, ich hab aber auch einen inkompetenten Teammates Du kennst da keine einzige Task Digga, hast du das Spiel jemals gespielt? Hast du das Spiel jemals gespielt?